Wer ist denn der Gustav? Das will man auch, okay? Das soll der Freeze. Du, was hat der Graf? Roch hat der Gustav. Der Gustav. Gustav. Gustav und Martin waren da. Gustav, bitte Mikro kontrollieren lassen. Martin auch. Wer noch? Martin. Und der Martin? Der Gustav. Komm, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also, liebe Kasson, so und jetzt ist es jetzt... Aber jetzt ist es Zeit, uns zu verabschieden. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Auf Wiedersehen, Eule. Auf Wiedersehen, alle. Ich bin, ich bin, ich bin. Auf, was geht's? Ja. Vielen Dank.